Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik ... zu bauen. Gut, also wenn ihr es dann mal sehen wollt. Äh. Äh, lalala. Gut, äh, ich mach das wieder wie letztes Mal. Ich nehm auf, wenn's was zu berichten gibt. Also bis gleich. So, ja, wir haben schon angefangen jetzt. Ähm, ich suche hier genau das. Enchantment Table. So, stellen wir da drauf. Ich guck immer nebenbei im Video, wie das ungefähr war. Jetzt brauchen wir vier Fackeln. Also wir brauchen doch mehr, als ich vorhin gesagt hatte. So, Torches. Hier eine. Hier eine. Hier eine. Okay, da wird schon gebaut. In die Richtung wird's dann gehen. Ähm, ja, ich kann das natürlich nicht hundertprozentig hier nachbauen. Das schmeiß ich jetzt erstmal weg hier. Äh, aber natürlich versuchen wir das so gut wie möglich zu machen. Hier diese hier und... Achso, die hab ich ja schon. Gut. Wie war das? So? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Die Map hab ich leider nicht mehr. Die hab ich aus Versehen gelöscht. Ähm, von daher... Oh, das ist unsymmetrisch. Äh, ja, das ist echt... Ah, das passt nicht. Ich brauch jetzt einfach mal weiter. Warte mal. Ähm, also wird jetzt unter... Äh, die Redstone-Verbindungen werden unterirdisch gebaut. Äh, und da muss ich mich... Gut, dann... Warte. Und dann... Ja, darum kümmere ich mich jetzt erstmal. Und diese... Äh, unglaublich komplexe Redstone-Verbindung. So. Wie machen wir das? Da brauch ich hier Platz. Und... Hier. Äh, also Redstone ist eher nicht mein Fall. Daher nicht wundern. Ähm, ne, wie war das? Warte mal. Wir müssen das ja unterirdisch weiterführen. So ungefähr. Äh, das wird Schreinersgetreide-Abwurfmaschine. So. Und der Schalter soll dann hier hin. Der Schalter... So. Ich hab echt... Das ist Improvisation. Also wie gesagt, ich weiß gerade nicht... Äh, upsala. Wie die Maschine nochmal richtig ging. So, okay. Geht jedenfalls an. Alles klar. Dann baue ich jetzt unterirdisch mal weiter. Hier muss ich runter. So. Dann bauen wir hier mal lang. Oh, die haben hier Ausschrauben gebaut. Okay. Ähm, das ist die fehlende Absprache. So, warte mal. Wie geht das hier lang? Okay, ich kann das ja verbinden da hinten. Wenn das so gedacht ist. Aber zwischendurch... Ne, okay. Dispenser... Äh, hier. Quatsch. Ich vergesse meinen Namen. Und die Peter brauchen wir, glaube ich, noch nicht. So. Doch, jetzt braucht man da hinten. Oder? Ne, reicht schon. Oh, scheint zu reichen. Okay. Also natürlich, ähm... Sieht das ein bisschen anders aus als im Video. Aber das System ist das gleiche. Hochkomplex und sehr effizient. So, bauen wir hier nochmal... Hier... Den Hund bauen wir ein. So. Ne, jetzt... Okay, das war ein Fehler. So. Genau. Äh, dann müssen wir hier so drumrum bauen. Und das damit verdecken. Ah, ich weiß noch, wie ich Probleme hatte. Ich bin einfach überhaupt kein Mensch, der viel mit Redstone baut. Und insofern habe ich da auch meine Probleme. Ja, das ist eine Bodenstation. Das letzte war ja auf einem Berg. Das war auch nicht schlecht. So, und Getreide. Ist da schon Getreide drin? Nein, das mache ich dann mal schnell. So. Weeds reinlegen. Äh, achso, mache ich mir mal mit. Hier mit, weil ich dann gleich mehrere kriege. Weil sonst wird es nur als ein Stück angezeigt. Hier. Hä? Ah, hier jetzt. 64. Achso, da ist es drin. Gut, ja, jetzt ist auch Getreide drin. Und theoretisch... Oh, das sieht gut aus. Ich probiere es nochmal gerade. Okay. Irgendwas stimmt wohl noch nicht. Aber ich glaube, die Leute kennen sich besser aus mit Redstone als ich. Also werde ich die noch ein bisschen bauen lassen, schätze ich mal. So. Okay, ich werde nochmal Aufnahmen abrechnen. Und wenn es etwas Neues gibt, melde ich mich und mache noch ein paar Screenshots für Facebook. Alles klar. So, wir haben es geschafft. Das war sehr hochkomplex, die Arbeit. Und hat ein Viertel Nerven gekostet. Aber nach drei Jahren haben wir es dann endlich geschafft. Also ging ein bisschen früher, aber... Ja, super. Okay, das kann man ja an sich abbauen hier. Gut, dann versuche ich jetzt nochmal ein Screenshot hinzukriegen, den ich dann auf Facebook stellen werde. Und, ähm, ja. Wenn es noch was gibt, dann werde ich nochmal aufnehmen. Wenn nicht, sage ich jetzt schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt zum Schluss nochmal mal ein Endstadium. Äh, sie wirft jetzt sekündlich, also jede Sekunde, ein Getreidestück. Ja, so sieht das jetzt im Endeffekt aus. Und, ja. Ich bin ganz stolz auf die Leute hier. Ja. Ich bedanke mich noch was fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Und haut rein. Ciao.